Es gibt wieder Neuigkeiten zum Kontrastverlust der Sony XW-Serie und zu unserem Tuning. Jetzt! Hallo und herzlich willkommen bei Arvitek. Wie wir euch versprochen haben, wollen wir das Thema Kontrastverlust bei der Sony XW-Serie weiter untersuchen, ob diese Geräte wirklich langzeitstabil sind. Vor genau einem halben Jahr haben wir dazu ja ein erstes Video veröffentlicht, wo wir ein Gerät, das rund zwei Jahre alt war, untersucht haben in Richtung Kontrastverlust. Dazu war zu Besuch der Holger Bayer, den viele von euch kennen, denn er betreibt die bekannte Facebook-Gruppe Heimkino und 3D-Sound und die hat ja knapp 6000 Mitglieder mittlerweile. Also da sind die ganzen Heimkino-Enthusiasten von Deutschland vereint. Und du warst ja genau, es ist genau ein halbes Jahr her, das war im April, also ein bisschen über einem halben Jahr, da warst du zu Besuch, hattest dieses Gerät als, ich glaube, als Vorführer erstanden, mit wenig Stunden. Der war also zwei Jahre schon alt und hatte, glaube ich, 100 Stunden oder so auf der Uhr. Also war tatsächlich nur gelagert. Und wir hatten ihn damals gemessen und hatten als Ergebnis... 8.000 zu 1.000. Ich glaube 7.000 kalibriert. 7.000 zu 1.000 genau. Und 10.000 maximal. Wir hatten natürlich keine Ausgangswerte von dem Gerät, aber das war genau der Bereich, in dem sich die Neugeräte im Serienschnitt bewegt haben, als ich sie damals vermessen habe vor zwei Jahren. Also waren wir guter Dinge, dass das Gerät nicht weiter driftet. Aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Jetzt bist du wieder hier, aus einem eigentlich anderen Anlass, als du vor sechs Monaten da warst. Da hast du dich ja auch schon fürs Tuning interessiert. Du hast ja vorher auch einen Sony gehabt, glaube ich, einen... Ja, genau. Was für ein Modell? Den 270er erst dann und jetzt den 590er. Genau, und den hatten wir ja auch getunt. Die waren beide getunt. Das Zweite hatten wir, glaube ich, auch bei irgendeinem User-Treffen getunt. Genau. Richtig, damals, wo es um mit VR und... Genau, richtig. Und als er hier war im April, hatten wir das Tuning für den XW7000 noch nicht fertig. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen geändert. Und dementsprechend bist du jetzt hier. Und jetzt werden wir gleich zwei Sachen untersuchen, oder haben zwei Sachen durchgeführt, nämlich den Kontrasttest und das Tuning. Genau. Jetzt wollen wir euch aber nicht weiter auf die Folter spannen. Und unsere Ergebnisse waren, wir haben das Gerät erstmal kalibriert gemessen und kamen auf... 7000 zu 1. 7000 zu 1. Also praktisch genau der Wert, den wir auch schon vor einem halben Jahr erreicht haben. Das Gerät hat also keinen Kontrastverlust in der Hinsicht. Dann habe ich das Gerät für das Tuning-Potenzial auf die native Farbtemperatur geschaltet, also den Modus geändert. Und da hatten wir erstmal einen kleinen Schockmoment, denn da haben wir gemessen, da müssten wir eigentlich, hatten wir ja vor einem halben Jahr die 10.000 zu 1 messen. Und wir hatten aber nur... Komischerweise nur 8200 zu 1. Genau, 8200. Da haben wir uns ja was gewundert, sind aber ja nicht in Panik verfallen, denn der kalibrierte Wert, der war ja identisch. Und dann habe ich ins Service-Menü geguckt und wir haben festgestellt, die Werte waren dann nicht verstellt, aber der Schwarzwert, der war einen Tick aufgehellt, aber jetzt nicht rein physikalisch, also so wie das vorher war, dass man es nicht mehr korrigieren kann, sondern ein leichtes Anpassen der Bias-Werte, also der Helligkeitswerte oder Vorspannung, wie es in dem Service-Menü heißt, hat dann gereicht, um den Schwarzwert zu rekonstruieren. Das heißt also, es gab keinen Kontrastverlust, es gab aber einen leichten Gamma-Drift, der bei Elkos ja nach wie vor nie ganz auszuschließen ist. Den haben wir korrigiert und dann haben wir auf den Punkt wieder die 10.000 zu 1 auch gemessen. So, insofern ist das Gerät, hat keinen Kontrastverlust, ist wieder ein halbes Jahr älter, in einem halben Jahr testen wir wieder, dann ist er drei Jahre alt, aber es gibt bisher keinen Kontrastverlust zu verzeichnen. Es ist sehr stabil, auch in den Farben, Farbraum, kein Blaustich, die Farbtemperatur unverändert, es hat sich tatsächlich nichts geändert und er hat fleißig geguckt, das waren erst, glaube ich, 400 Stunden. 400 Stunden, hat also jetzt 300 Stunden nochmal drauf getan. Das heißt, wenn du weiter so guckst, jetzt kannst du über die Weihnachtszeit ja ein bisschen mehr gucken, dass wir vielleicht auf 1000 Stunden kommen, bis zum nächsten Mal. Und das ist also sehr erfreulich. So, da ging es zum Tuning. Da muss man ja immer die native Farbtemperatur nehmen. Da haben wir einen sehr großen Grünüberschuss und wir hatten, ja, im Verhältnis zum Grün leider einen leichten Blaumangel gehabt, was uns ein bisschen vor Herausforderung gestellt hat, denn das ist relativ selten bei den XB-Geräten. Normalerweise reicht da ein reiner Rotfilter. Hier braucht man also einen leichten Magenta-Filter, der auch noch ein bisschen Blaupuscht. Den hatten wir aber. Wir haben so viele Farbtöne. Wir haben Dutzende von Farbtönen und haben den in unseren neuen Filterring gesetzt. Man sieht den hier auch vorne am Gerät, da ist das schon auf dem Gerät. Und ja, was heißt neu? Wir haben das komplett überarbeitet. Der Filter ist jetzt aus schwarzem Nylon, extrem stabil, eigentlich unzerstörbar. Es ist noch passgenauer und wir konnten auch hier das auch noch weiterentwickeln mit den inneren Winkeln, auch mit den Markierungen und ihn einfach optisch besser an den Beamer anpassen. Du bist tatsächlich jetzt der Erste, der diesen modernen Filter überreicht bekommt, sozusagen. Das hängt ja schon am Ende. Eine weitere Besonderheit ist, wir haben den auch, es gibt ja hier von schwarzes Weißes, wir hatten es euch ja schon gezeigt bei dem Epson, da haben wir die Farbe angepasst. Machen wir jetzt auch beim Sony. Allerdings das Weiß gibt es nur auf Sonderwunsch. Da das Objektiv immer schwarz ist, halten wir eigentlich die schwarze Lösung für die stets besser passende optische. Aber wer von euch unbedingt auch noch einen weißen Filter für sein weißes Gerät haben will, der soll das äußern, der kriegt dann auch einen weißen Filter geliefert. Das ist also leicht ob weiß. Also das ist sehr schön. Auch von der Form hat sich etwas geändert. Man kann natürlich jetzt hier aus Nylon einfach mehr machen als aus dem Aluminium. Insgesamt eine schöne Sache. Sieht auch nicht mehr so aufgesteckt aus. Sieht eigentlich aus wie aus einem Guss. Wie so eine extra Spezial-Schutzblende. Ja, dann haben wir den D eingestellt auf diesen Filter. Man musste gar nicht viel einstellen, weil der so gut gepasst hat. Mag mir ja wieder kaum einer glauben, aber du bist objektiver Zeuge. Der Filter hat aus dem Punkt gepasst. Wir haben 5, 6 durchtesten. Das war wirklich, wir hatten genau D65. Ich musste im Gain gar nichts anpassen. Nur untenrum. Und dann noch ein paar kleine Sachen im Farbraum. Farbraum ist auch nicht geschrumpft. Hast du auch gesehen? Ja. Ja, und dann haben wir danach den optischen Test gemacht. Und was waren so deine Eindrücke? Also ich fand es genial. Wir haben jetzt Lucy als UHD-Pluray angeguckt. Wir haben den Passengers angeguckt. Wo es sehr viele wirklich so Kontrast-Standler sind. Genau, der hat sehr dunkle Szenen teilweise. Mit viel Schwarz, wenig Kontrast. Dann mit viel Kontrast drin, wie du sagst. Dann hat er auch wieder helle Szenen. Da hat man von allem etwas. Und ja, die Durchzeichnung war da. Ja, die Durchzeichnung war da. Er hat ja noch den X1-Prozessor. Natürlich ist das nicht so gut wie bei XR. Nicht so gut wie MadVR. Aber er ist nicht abgesoffen. Weil man ihm das oft nachsagt. Zumindest bei deinem haben wir die Durchzeichnung da. Und ja, messtechnisch. Das war auch gut, weil der Filter so genau gepasst hat. Wir versprechen ja meistens so 30% Gewinn. Aber wir sind jetzt tatsächlich bei deinem Gerät von 7.000 auf 10.000 tatsächlich gesprungen. Wir konnten vollen 10.000 retten. Bei großem Zoom. Das heißt, wenn man kleiner Zoom, wird der noch mehr. Das heißt, wir sind hier bei gut 40%. Das ist wirklich so die Obergrenze, die man mit Tuning holen kann. Weil dieser Filter so optimal gepasst hat. Gutes Gerät. Ja, hast du eigentlich alles richtig gemacht, muss man sagen. Bisher nicht gedriftet. Hast du viele Jahre Freude. Mit Laser hält der 20.000 Stunden. Jetzt haben wir den auch noch absolut kontrastoptimiert. Also du bist zufrieden. Die lange Anfahrt hat sich für dich soweit gelohnt. Und wenn ihr das auch mal sehen wollt, dann besucht ein Arbitekt in eurer Nähe. Ihr müsst ja nicht uns glauben. Oder hier mein neutraler Zeug, obwohl der schon noch glaubwürdiger ist als ich natürlich. Dankeschön. Guckt es euch selber an. vergleicht es. Und ja. XW 7000 wird allerdings etwas knapp, glaube ich. Der ist... Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch zu haben ist jetzt. Aber es gibt ja auch noch die neuen Modelle. Und natürlich auch noch den XW 5000, den wir auch tunen. Der natürlich viel günstiger ist als ein 7000er. Das war es wieder von mir und vom Holger. Er ist im halben Jahr wieder da spätestens. Er bleibt unter Beobachtung. Also abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch das nicht. Und dann sehen wir uns wieder. Und liked natürlich auch dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Ecky. Ade. 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 Ade.